Mein Name ist Easy Cheesy und damit Ahoi und willkommen zu einer neuen Folge Roblox zusammen mit Lia the Real One, die neben mir steht, was geht. Wir sind hier heute in einer wirklich ganz, ganz speziellen Map, in einem ganz speziellen Game, denn heute verfolgt uns eine riesige Ratte. Let's go! Wir müssen auf den Käse hier klicken, dann öffnet sich dieses Tor hier und wir sind im Spiel. Okay, Lia, hier sind Käsetunnel, siehst du das? Ich glaube, ich bin im Himmel. Wir sind hier in einer Safe Zone. Wer jagt uns denn heute? Das willst du nicht wissen. Das willst du wirklich nicht wissen. Das ist die Safe Zone. Wenn wir die verlassen, dann sind wir in Gefahr. Guck mal, da sind noch mehr Spieler. Richtig viele. Hier sind zwei Mädchen mit roten Haaren. Warte, hört ihr das? Da ist das Monster. Nein, oh mein Gott! Lia, die Safe Zone, Lia, die Safe Zone. Komm in die Safe Zone. Hat ihr das gesehen? Was war das? Was war das für ein Ungetüm? Schaut mal, da sind die Leute. Warte, wenn die... Warte, was? Eine Maus. Wie süß! Lia, das war nicht süß. Das war eine richtig gruselige Ratte. Die hat alle getötet. Okay, komm, wenn die anderen da lang gehen, dann gehen wir hier lang und tricksen die Ratte aus. Da sind sie. Okay, hier ist scheinbar... Guck mal, da oben kann man auch lang. Wo ist sie? Hört ihr das? Oh mein Gott. Nein, irgendwo höre ich was. Nein, Lia, da kommt es! Schnell in die Safe Zone! Komm in die Safe Zone! Beile dich! Oh mein Gott, gerade so geschafft. Der andere ist gestorben. Sie ist wieder weg. Nein, 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 Lia, lauf, 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 lauf! Oh mein Gott, nein! Hilfe! Wir müssen da irgendwie lang kommen. Vorbei an der Ratte. Vielleicht, wenn wir hier lang gehen. Ich glaube, die Ratte verfolgt uns. Lia, ich habe eine Idee. Einer von uns kann die Ratte immer locken. Komm mal mit. Guck mal, du kannst dich hier an diesen Eingang hier stellen und immer so die Ratte anlocken, bis sie kommt. Da ist sie auch schon. Und dann gehst du wieder rein. Oh mein Gott. Und da wieder hin? Und dann kommt sie nämlich wieder. Und ich gehe auf der anderen Seite lang, okay? Okay, das kriegen wir hin. Ich glaube, Lia schafft das. Ich hoffe, sie stirbt nicht dabei. Und wir gehen jetzt hier auf der anderen Seite lang und hoffen, dass wir nicht erwischt werden. Die haben Schlüssel! Woher haben die die Schlüssel? Da ist die Ratte. Da ist Lia. Nein, 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 sie ist schneller als ich. Hier rein! Okay, hier. Hier sind wir sicher. Hier kommt sie nicht durch. Da hast du auf jeden Fall eine Tür mit dem roten Schlüsselloch. Nein, ich höre sie. Von wo kommt sie? Wo ist diese Ratte? Ich brauche einen roten Schlüssel. Hier ist ein Stück Käse. Okay, ich habe den ersten von neun Stücken. Nein, da ist sie. Aber sie... Nein, 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 okay, sie kommt zu mir, sie kommt zu mir, sie kommt. Ha! Hier kriegst du mich nicht. Sie hinter mir? Äh, ich glaube, sie ist hinter mir. Lia, oh mein Gott, da bist du, da bist du. Wo ist die Ratte hin? Da vorne, okay. Wir brauchen einen roten Schlüssel, Lia. Komm rein, schnell. Wir brauchen einen roten Schlüssel für diese Tür hier. Und ich glaube, der ist da hinten irgendwo. Da ist sie, okay, ich laufe jetzt. Lia, hier vorne, komm rein! Nein, nein, lass dich nicht kriegen! Oh mein Gott, war das knapp, war das knapp. Was? Vielleicht, wenn man hier rumgeht? Ich bin mir ziemlich sicher, irgendwo muss dieser rote Schlüssel sein. Hier ist ein Stück Käse. Zwei von neun. Hier ist ein grüner Schlüssel. Und guck mal, hier geht es nach oben. Guck mal, Lia. Ich glaube, hier sind wir erstmal in Sicherheit. Die Ratte ist bestimmt noch unten. Hast du den Schlüssel genommen? Wir müssen jetzt mit dem grünen Schlüssel irgendwo hingehen. Ich sehe ein weiteres Stück Käse. Und hier ist die blaue Tür. Das heißt, für die Tür brauchen wir den blauen Schlüssel. Und wir müssen aus diesem Käse-Labyrinth endlich entkommen. Da ist Lia! Was macht sie? Sie hat irgendwas geschrieben. Hier sind graue Schlüssel. Nein! Nein! Ich bin direkt in die Ratte gesprungen! Lia, wir brauchen einen besseren Plan. So funktioniert das nicht. Komm mit. Wir bleiben jetzt zusammen. Und dieses Mal werden wir das schaffen. Wir müssen den roten Schlüssel finden. Und ich glaube, Lia hat den Schlüssel schon irgendwo gesehen. Ich höre die Ratte gerade nicht. Das heißt, wir sind gerade in Sicherheit. Nein, ich höre sie. Wo ist sie? Aber sie ist weg. Sie rennt nicht mehr hinterher. Doch, sie ist da! Oh mein Gott! Safe Zone! Ein neuer Käse! Fünf von neun Käses haben wir schon gefunden. Da ist die grüne Tür! Jetzt brauchen wir den grünen Schlüssel, Lia! Komm, schnell! Nein, die Ratte! Oh mein Gott, sie ist direkt bei mir! Sie ist direkt bei mir. Wir müssen den Schlüssel holen. Und zwar ganz schnell. Da ist er! Der grüne Schlüssel. Wir haben ihn. Und jetzt müssen wir nur hier hoch. Und hoffen, dass wir nicht von der Ratte gefressen werden. Warte mal. Ah, nee, den Raum haben wir schon. Und jetzt hier runter. Schnell, komm mit! Ich höre die Ratte schon. Grüner Schlüssel! Wo sind wir? Oh mein Gott. Lia? Okay, hier ist irgendwas an der Wand. Man muss den richtigen Code irgendwie schaffen. Mit 2, 4, 8 und 3. Okay, 2, 4, 8, 3. Wir versuchen es. Okay, das ist er nicht. Wie wäre es mit 3, 8, 4, 2? Das wäre genau umgekehrt. Das war er! Er ist richtig! Genau umgedreht, Lia. Da kramst du auch mit durch. Guck mal, hier geht es irgendwie weiter in so einen dunklen Tunnel. Da steht eine Lampe. Was ist das hier für ein Raum? Ey, das ist ja mal super creepy. Da liegt... Oh mein Gott. Das nächste Stück Käse. Nice! So, damit haben wir jetzt den roten Schlüssel bekommen. Und damit können wir endlich die rote Tür öffnen. Guck mal hier! Hä? Wo kommen wir hier hin? Ich bin da! Lia, ich habe es geschafft! Der nächste Käse! Wow! 7 von 9 Stücken haben wir schon bekommen. Ich glaube, hier geht es raus. Und da vorne ist einfach der blaue Schlüssel. Aber da kommen wir nicht ran. Lia, wir müssen jetzt zur roten Tür, okay? Ah! Den Sprung schafft man nicht. Ich höre die Ratte gerade nicht. Hier ist die Safe Zone. Von hier aus können wir die rote Tür suchen. Yes! Ich habe sie gefunden! Oh mein Gott! Hier ist nur ein Holzbrett. Okay, wir haben einfach nur ein Holzbrett bekommen. Ich glaube, die Ratte ist genau vor unserer Tür, Lia. Geh da nicht hin. Durch diese Tür. Und das Holzbrett. Und da ist auch schon der blaue Schlüssel. Jetzt hier nach oben. Die haben den grünen Schlüssel. Ich glaube, das war der erste. Nein! Das ist das graue Schlüsselloch. Aber da ist das blaue. Wie kommt man da hin? Hier geht es lang. Wir müssen quasi rückwärts durch die Tür. Hi! Du hast es auch schon geschafft! Super! Jetzt ist hier wieder ein Stück Käse. Und? Irgendwie so ein Countdown? Jetzt geht's los! Und? Wir müssen dem Knopf folgen. Okay, Lia, spring du vor. Let's go. Er geht da durch. Wir kommen da nicht lang. Wir müssen hier lang. Und ich glaube, hier zur Seite. Und? Ja! Hier ist es aufgegangen! Das nächste Stück Käse. Ah, Lia, weg da! Nice! Und damit ist die letzte Tür geöffnet worden. Warte, nein, ich höre. Wo ist die Ratte? Ich glaube, Lia hat die Tür schon gesehen. Nein, hier ist es nicht. Nein, warum vertraue ich denn auf Lia, soll ihr Tierung sind? Sie hat gar keinen. Oh, no. Die letzte Tür hat sich irgendwo geöffnet. Aber, Freunde, wir wissen nicht, wo. Oh, ich höre die Ratte. Ist es hier? Nein, die Ratte. Lia! Hörst du sie? Sie ist irgendwo in der Nähe. Ist es hier? Nein! Haben wir es geschafft? Warte. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben es rausgeschafft. Wir sind dem Käselabyrinth entkommen. Yes! Nice! Und damit sind wir endlich in Freiheit. Oh, yes. Wieder draußen. Und dieses Mal verkaufen wir uns keine komischen Ratten mehr. Im Käselabyrinth. Alles klar, Leute. Denn was ist hier an der Stelle? Oh, mein Gott. Ich wurde gekickt. Die Ratte hat mich noch gefangen. Was? Jetzt war es mit dieser feige Last. Like da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Euch heute noch einen wunderschönen Tag. Und hasta la pas. Bis dann. Bis dann.